ja 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 wohl, moinsen Leute, Dennis von Internal ist das zu laut? Ja stimmt Ok, moinsen Leute, Dennis von Internal, Starlight Gaming hier äh Nick hat gerade den ersten Passsender gemacht, wir werden immer so lange spielen, also ich werde so lange Parts auf hoch nach, bis ich es irgendwann geschafft habe, die acht Seiten zu sammeln Ich bin meine erste Mal Ich bin eine kleine Schissbuchse und ja Boah, ich muss mir eine Frust drauf, Alter Ohne, ohne Dings geht nicht ja auf jeden Fall ich bin die größte Schissbuch, die es gibt ich bin voll am Sitter der Spiel ist scheiße ja ja jetzt bitte die Stimmung einfach dämpfen weil es geht los wo hast du die erste Seite eben gefunden? so riesige Dings keine Ahnung ok, mal gucken wie viel ich seit nicht finden werde er hat eine geschafft ja, ich bin Boss jetzt der Boss halt ja, ne nicht Kollegah ist der Boss, aber nicht ist der Boss kann sich auch ledig nennen nein komm, jetzt keine ab ich bin äh ich hab keinen Plan, wo das große Ding ist das wäre das Meister das wäre das Meister wie tu darauf nur die COD oh das ist ein großer Baum ich meine da findet man auch eine Seite das hat man nachricht bekommen bei Whatsapp ich will mir drauf antworten ich will darauf antworten und hier eine Seite nope ich meine auch schon diese großen Metallröhre am Anfang irgendwo weil ich bin grad voll dran dran vorbeigelaufen das hat man ja das ist dann der letzte Kerl ich habe mich absichtlich in Folgen lassen ja aber ich habe mich absichtlich in Folgen lassen oh ich glaube mal kurz neuleule so noch mal hier ich will am stütteln er hat mich gerade neu gestartet habe aber Prozent ich bin an der ersten Seite vorbeigeworfen ich bin der Elisabeth und zum Beispiel Setzpläder Gretchen hinter mir bringen will aber so meine Erfahrungen mit das nächste Mal meine Lieblingsseite erbauen mehr wir wollen auch bald fest die anderen Städteile machen das heißt in den der Irrenanstalten und samt ihn und dann wird sie besser in der Facecam gehen dann könnt ihr meine hessische die Beratung seine hessische Kraft hat zu sehen und du hast meine KDM 3 wieder runterspielen ich meine einfach gerade aus dem Sport wenn man die erste Seite und so nebeneinander weiß ich nicht Leipzig gelaufen aber ich habe mich was dieser Typ oder diese Frau nachts in so einem Ding war sobald und freut mich auch wo sollte man überhaupt in einem Wald ich meine die Sonnach Kürtel machen wir den Bock aus dem 2 ja und und ich durfte warum ich glaube die seite ist worden wenn sie sich in der Mannschaft und zauberst da ist mit zweifel und normal sind immer wenn ich es gesehen habe ich sie an den Baum oder an der Röhre gespornen soll. Leute. Ich glaube, sie trägt Stöckelschuhe. Ich glaube, sie trägt Stöckelschuhe. 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 Weiß ich nicht, ich bin einfach vorgelaufen. ja ok meine Damen und Herren andersrum in der Hand sind jetzt geht's los jetzt biegt der Hafer um um scheiße um ich muss sagen ich hab leichte Tröpfchen in der Hose oh mein Gott Lassen Sie das Lachen sein Alter Ich stich den Fähnchen um den Kopf in den Boden Nein, nein, nicht mehr Okay, okay, okay Jetzt oben, Niveau, genau Genau wie die FPS Genau wie die FPS Blatt der Wing Ah Scheiße Nein 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 Oh mein Gott Oh Mein Gott Scheiße Das ist mir laut Nein 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 Ich drehe mich nicht um Nein Oh mein Gott Mein Gott Alter Ja, sind's doch, genau Oh Oh Oh, wieviel müssen wir schon mal fangen Weiß es ist mir scheißegal Spiel einfach, spiel Ich drehe mich um Nein Ich drehe mich um Nein 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 Scheiße, Mann Schnitzel Tofu Okay, das ist der Zaun Der Zaun ist gut Ich hab' jetzt am Zaun halten Und Oh Ich bin spartacus? Ja Ist voll gut Ich weiß, dass es euch willkommen hat Den Taf um 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 was für hoher Spiele können weiß ich noch nicht mehr ich hab ja Bock auf Outlast Outlast vielleicht Amazier ich hab auch noch Bock auf und ihr hört mich ganz freiwillig sagen da ich Bock auf ein Horrorspiel hab ich bin normalerweise eine Pussy Overland 1000 das hat Dead Space mir damals bewiesen und 412 die auch noch grusisch waren ging jetzt im dritten Teil dritte Teil war schlecht also da wie die Resident Evil Teil wie die neun, der fünfte und sechste und wie zu viel Faction um 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 Ok OK das ist nicht hinter mir das ist nicht . auch gw habsch doch Prozent 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 der Börse Prozent der Stadt der Stadt Prozent Nein nein als nur eine Einbildung der Zettel der Rotarien nicht getroffen werden und auch ab war ein Schädigke das ist gespielt alles schätzt dass sie an so einen schönen Abendmarkt um es hat fast 20 soll nach der Fass Völlner ich meine ich habe auch nichts mehr zu tun als Fremd anzuwerfen das Ländersitz weil ich meine das macht jeder normaler Mensch und ich bin ganz mutig schon drehen nicht und das ist nicht und die Schwestern sind in die Augen und ich habe Angst, dass ich mich vielleicht erschreckt, dass ich meine Maus rückwürdig bekomme. Am besten ging es nicht. Hey, ich kann auch nichts dafür. Wer von uns bald so oft in den Kopf kommt, dann noch mal zuerst. der Krupp das nächste Jahr soll die Kursschlager und ja um das ist aber was du 3 Schöne 3 in der Stadt ich will mich jetzt nicht umdrehen weil ich weiß dass ich mich umdrehen hier an der Stelle will ich mal Jasmin grüßen die sich jetzt die Patas erst sehen wird wenn er hochkommt dass wir gerade eben bei WhatsApp ersprochen haben ich will mich umdrehen, aber irgendwie will ich es doch nicht, weil das steht hinterher und ich weiß dass ich meine Maus wegwerfen werde was für ein Geräusch war bitte aber nie, wie es was groß ist ich weiß es auch noch, wenn wir es nicht groß sind ich ich weiß nicht ob er den Zaufplatz auch hat ich hoffe das sind die Aufnahmen zu spüren ich weiß nicht ob er den Zaufplatz auch hat ich will das alles nicht mehr ich will das nicht ich will das nicht wenn man das so Leute für jeden Like auf dieses Video kauft werde ich einen weiteren Senderpart hochladen schäm dich schäm dich schäm dich doch bitte nein, 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 nein Leute, wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich hier einen kurzen Stipp machen Was heißt das, ich bekomme nicht pausieren, ne? Du meinst, ey. Ah, du bist doch Pause. Oder? Ich hoffe, dass es mal Pause ist, ich mache einen kurzen Schritt. Man sieht sich entweder am nächsten Part oder je nachdem, wie der Gang das hier ist, noch hier wieder, aber hauen sie.